so johle herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute geht es mal wieder weiter mit den lauf wegen in advanced warfare und heute auf der map horizon und ja fangen wir einfach gleich mal an leute wir nehmen jetzt an wir sind bei a sporn bei a natürlich und nehmen es ein gibt zu 200 points also das ist auf jeden fall wert finde ich und dann leute dann gehe ich immer hier so probiere hier so durch irgendwie und probiere da so weg zu holen sorry leute wartet mal kurz ich nehme mal meinen anderen controller heilige scheiße der vibriert so hardcore das bisschen am arsch so leute weiter geht dann schieße ich hier die erst mal ab und hier und dann springt dich so schnell wie möglich hier so drüber dass ich diese hier so weg holen kann 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 könnte wenn ich schaffe dann schaut auf jeden fall dass er hier über schaue zwei auf dem dach sind sehr oft und zu spawnen dann auch manchmal hier irgendwie hier so unten hier also hier in dem bereich deshalb bin ich auch auf dem dach da kann ich sie hier so schön weg holen shit und dann spawnen sie auch noch hier unten irgendwie drin in dem teil oder hier so dran ist ich weiß nicht genau aber dann kann man sie hier von hier oben auch noch so schön weg holen shit jetzt bin ich runter gefallen leute sorry ja scheiße drauf kann man sie hier so weg holen und dann raschen die immer so zu b irgendwie ist es voll keine ahnung wie blöd die sind dass die immer wieder zu b rachen also bei mir war es bis jetzt immer so perfekt und ja von hier kann man sie dann schön weg holen und ja da drüben aufpassen dass sie dann euch nicht von da euch nicht weg holen hat jetzt mal fahrt jetzt heißt nicht hoch schafft aber scheiß drauf es ist bornen auch noch hier drin nämlich dann irgendwie und dann raschen sie immer hier so drauf wollen euch hier so weg holen irgendwie also passt da auf da hat mich schon oft jemand weg holt das war dann richtig bitter oder ist richtig beteiligt ja das ist wahr ist eigentlich meine low mein laufweg ich finde auch der beste da weiß ich am meisten dann wenn ich hier oben auf dem dach bin und da so durch rush irgendwie und ja nehmen wir an wie es bauen jetzt hier bei c zweite runde oder was auch immer nehmen natürlich auch c ein und dann ist eigentlich so ich gehe hier hoch sofort hier richtung b und probiere hier die weg zu holen weil da sind sie auch kommt ja auch gleich raus geht hier und wollen wir einfach einnehmen aber die schaffen es dann natürlich nicht weil wir sie daran hindern b es sich bei b aufhalten nur wenn es wirklich schon fünf teammates oder so da hocken und dann könntest du so mit einnehmen aber sonst finde ich wirklich riskant weil von da oben da holt mich oft einer oder ist das borne zähne mich da raschen sie immer so oder ziehen immer von da zu b da holt mich oft einer oder auch irgendwie anders dann wenn ich aber bei b bin also wenn ich da oben runter gesprungen bin die hier weg holt habe rasch ich hier so durch so schnell wie es geht und hier so rein dann kann ich ja hier so weg snacken und hier und die blicken ist dann oft nicht weil du schießt sie von hier von hier von der seite an von hier von der seite ja man von hier halt an von der seite und die blicken ist nicht und dann könnt ihr hier irgendwie patrouillieren wie es euch am besten gefällt ich habe mich dann oftmals hier so hin auch noch oder geht dann wieder hier so zurück von da und tue hier so weg holen weil da drin sporen sie leute ich zeige es euch gleich mal noch also immer hier so hin und her switchen ist eine gute taktik und wo sie spawnen das ist einmal sporen sie hier da könnte sie weg holen wenn ihr hier drin seite gehe ich auch manchmal rein dass ich sie von hier oben so irgendwie hol so barm 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 aber dann sporen sie ich würde auf keinen fall hier hinten rein raschen weil dann es wird das borne irgendwie und das ist dann scheiße finde ich also hier im eck sporen sie irgendwie hier also hier in dem begeich sporen sie und raschen da halt einfach wie es wie so gestörte immer hier so durch bla 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 und ihr holt sie dann von hier so schön weg oder von da oben oder von da und immer schön switchen wenn das von da ein weg holt habt dann geht es hier hin wenn er da hin weg holt habt es wieder könnte wieder hier hingehen oder dahin also euch bleiben immer zwei möglichkeiten offen irgendwie dass er dann wieder einen holen könnt und dann sind die verwirrt ja oft gehen sie dann auch hier irgendwie links rüber aber um die kümmere ich mich nicht die wo dann hier so übergehen die sollen ruhig ihren weg gehen ich snack mir hier die wo hier raus kommen und ja man das war es eigentlich schon wenn euch das video gefallen hat lassen daumen nach oben da wird euch weiter geholfen hat und so weiter und hier hat dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder und ciao leute